Wolfgang Amadeus Mozart an seine Schwester München, den 14. Januar 1775 Gottlob! Meine Opera ist gestern, als den 13. in Szena gegangen und so gut ausgefallen, dass ich der Mama den Lärmen unmöglich beschreiben kann. Erstens war das ganze Theater so gestrotzt voll, dass viele Leute wieder zurückhaben müssen. Nach einer jeden Arie war allzeit ein erschreckliches Getöst mit Klatschen und Viva Maestro schreien. Seine Durchlaucht, die Kurfürstin und die Verwitwete, welche mir vis-à-vis waren, sagten mir auch bravo. Wie die Opera aus war, so ist unter der Zeit, wo man still ist, bis das Ballett anfängt, nichts als geklatscht und bravo geschrien worden, bald aufgehört, wieder angefangen und sofort. Nachdem bin ich mit meinem Papa in ein gewisses Zimmer gegangen, wo der Kurfürst und der ganze Hof durch muss und habe seiner Durchlaucht dem Kurfürst und Kurfürstin und den Hoheiten die Hände geküsst, welche alle sehr gnädig waren. Heute in aller Früh schickt seine Fürstlich Gnaden Bischof im Chiemsee her und lässt mir gratulieren, dass die Opera bei allen so unvergleichlich ausgefallen ist. Wegen unserer Rückreise wird es sobald nichts werden und die Mama soll es auch nicht wünschen, denn die Mama weiß ja, wie wohl das Schnaufen tut. Wir werden noch früh genug kommen. Eine rechte und notwendige Ursache ist, weil den künftigen Freitag die Opera aber mal geben wird und ich sehr notwendig bei der Produktion bin. Sonst würde man sie nicht mehr kennen, dann ist es gar kurios hier. Adieu an Bimberl 1000 Bussalen Vielen Dank. Vielen Dank.